Herzlich willkommen zur zweiteiligen Filmreihe zum Zugversuch. Im ersten Teil führen wir in den Zugversuch ein und erläutern die praktische Durchführung nach DIN ISO 6892. Der Zugversuch zählt zu den zerstörenden Prüfverfahren und dient zur Ermittlung von Werkstoffkennwerten wie zum Beispiel der Zugfestigkeit und der Streck- bzw. Dingrenze. Bei den ermittelten Kennwerten handelt es sich um Festigkeitswerte, die bei rein axialer Bandspruchungsrichtung gültig sind. Wir erinnern uns, die Festigkeit ist der Widerstand gegen plastische Verformung und Bruch. Darüber hinaus gibt der Zugversuch Aufschluss über die elastische und plastische Verformung eines Werkstückes. Lehrfilme zur plastischen Verformung sowie zum Lesen des Spannungs-Dienungs-Diagramms und zur Festigkeitssteigerung findet ihr auch auf dem Kanal Lehren und Lernen. In diesen Filmen geht es um die praktische Umsetzung. Die im Zugversuch verwendeten Rundproben haben ein bestimmtes Messlängenverhältnis, das heißt Messlängen L0 zu Probendicke D0 Verhältnis. Die Proben werden kurze oder lange Proportionalstäbe genannt. Dabei beträgt die Anfangsmesslänge 5 mal den Probendurchmesser, also 5 mal D0, für einen kurzen Proportionalstab und 10 mal den Probendurchmesser, also 10 mal D0, für einen langen Proportionalstab. In unserem Beispiel werden drei kurze Proportionalstäbe aus verschiedenen Werkstoffen untersucht. Aus reinem weichen Aluminium, einer reinen harten Aluminiumlegierung und aus unlegiertem Baustahl. Die verwendeten zylindrischen Zugproben besitzen eine kreisförmige Grundfläche und haben einen Durchmesser D0 von 7,9 mm für Stahl und 10 mm für die beiden Aluminiumproben. Und somit eine Anfangsmesslänge L0 von 40 mm für Stahl und 50 mm für Aluminium. Vor dem eigentlichen Zugversuch werden Messmarken auf der Probe aufgebracht, mit deren Hilfe die Dehnung nach dem Versuch ermittelt und so die plastische Verformung messbar gemacht wird. Um die Messmarken gut aufkleben zu können, müssen die Proben gereinigt werden. Hierzu werden die Oberflächen der Proben mit Ethanol entfettet. Anschließend wird ein Probenbereich mit einem Permanentmarker angemalt. Mit Hilfe eines Messschiebers und einer Reißnadel wird die Anfangsmesslänge, also 40 mm bei Stahl bzw. 50 mm bei Aluminium, markiert. Dabei wird die Farbe des Permanentmarkers an den jeweiligen Stellen vorsichtig entfernt, sodass zwei dünne Striche entstehen. An diesen Stellen werden die Messmarken, die aus schwarz-weißen Streifen bestehen, aufgeklebt. Der Anfangsdurchmesser D0 wird mit einer Messschraube auf zwei Nachkommastellen genau gemessen. Die Anfangsmesslänge wird gemäß der bereits genannten Formel L0 ist gleich 5 mal D0 ausgerechnet. Die Zugprüfmaschine ist mit einem Video-Extensiometer verbunden, der die Messmarken an den Proben erkennt. Somit kann die Verlängerung der Proben optisch gemessen werden. Vorteil der Kamera ist, dass die gesamte Länge beobachtet werden kann. Oberhalb der oberen Einspannung befindet sich die Kraftmessdose am oberen Querhaupt der Zugprüfmaschine. Sie misst die Kräfte, mit der die Zugprobe auseinandergezogen wird. Zunächst werden der Rechner und die Zugprüfmaschine eingeschaltet. Im Anschluss wird die Software TestExpert gestartet. Da die Proben bestimmte Größen bzw. Längen haben und damit sie gut eingespannt werden können, müssen die Spannbacken in einem bestimmten Abstand voneinander angeordnet sein. Hierzu wird die Startposition des unteren Querhaupts angefahren, sodass die Spannbacken einen Abstand von ca. 70 mm voneinander haben. Die Probe wird in manuell betriebene Spannbacken bzw. Klemmkeile eingespannt. Der Kraftwert muss vor der Prüfung auf 0 gesetzt werden. Der Anfangsdurchmesser und die Anfangsmesslänge werden in den Steuerungsrechner eingegeben. Nachdem sichergestellt ist, dass die Messmarken vor dem Videoextensometer richtig erkannt werden, kann die Zugprüfung gestartet werden. Eine Kamera filmt die Probe und ihr Bild wird auf dem Bildschirm des Steuerungsrechners angezeigt. Das Prüfprogramm wird mit der Startampel gestartet und die Probe mit konstanter Geschwindigkeit sehr langsam bis zum Bruch vertikal auseinandergezogen. Während des gesamten Messvorgangs wird die Kraft aufgenommen, die aufgebracht werden muss, um die Probe elastisch und plastisch zu verformen. Mit dem Videoextensometer wird die Verlängerung der Anfangsmesslänge gemessen. Beide Werte werden in einem Kraftverlängerungsdiagramm angezeigt. Dabei bleibt der obere eingespannte Probenteil an seinem Platz und das Unterquerhaupt der Prüfmaschine bewegt sich stetig nach unten. Nach dem Versuch sind zuerst die beiden Probenteile zu entnehmen. Nun erfolgt die Auswertung. Dabei sollen folgende Werkstoffkennwerte ermittelt werden. Zugfestigkeit, Streck- bzw. Dehngrenze, Bruchdehnung und Brucheinschnürung. Die Zugfestigkeit Rm wird berechnet, indem die maximale Kraft aus dem Kraftverlängerungsdiagramm durch die Anfangsquerschnittsfläche S0 geteilt wird. Also, Rm ist gleich Fm durch S0, wobei S0 gleich Pi Viertel mal D0 zum Quadrat ist. Für die Berechnung der Streck- bzw. Dehngrenze notwendigen Kraftwerte Fp0,2 und Feh werden aus dem Kraftverlängerungsdiagramm entnommen, wobei Fp0,2 grafisch durch die Parallelverschiebung der Hookschen Gerade um 0,2% bestimmt wird. Hier muss aber noch die dazu notwendige Verlängerung ausgerechnet werden, da uns ein Kraftverlängerungsdiagramm und kein Spannungsdehnungsdiagramm vorliegt. Im Fall von Aluminium betragen 0,2% von 50 mm der Ausgangslänge genau 0,1 mm. Das heißt, dass die Hookschen Gerade jetzt um 0,1 mm nach rechts verschoben werden muss. An dem Punkt, wo die verschobene Hookschen Gerade die Kraftverlängerungskurve schneidet, kann die Kraft Fp0,2 abgelesen werden. Die Streck- und Dehngrenze ergeben sich dann aus den jeweiligen Formeln. Reh ist gleich Feh durch S0 und Rp0,2 ist gleich Fp0,2 durch S0. Für die Bestimmung der Bruchdehnung A muss die Endlänge LU der Probe bestimmt werden. Dafür werden die zwei Probenstücke sorgfältig zusammengesetzt und der Abstand zwischen den Markierungen gemessen. Die Bruchdehnung ergibt sich dann aus der Formel A ist gleich Klammer auf LU minus L0 Klammer zu geteilt durch L0 mal 100%. Für die Bestimmung der Brucheinschnürung wird zunächst der Enddurchmesser der Probe mittels eines Messschiebers ausgemessen. Die Brucheinschnürung wird mit der Formel Z ist gleich Klammer auf SU minus S0 Klammer zu geteilt durch S0 mal 100% ausgerechnet, wobei SU gleich Pi Viertel mal DU zum Quadrat ist. Wir fassen zusammen. Der Zugversuch zählt zu den zerstörenden Prüfverfahren. Unter einachsiger Beanspruchung werden die mechanischen Kenngrößen der Werkstoffe ermittelt, wie zum Beispiel der Zugfestigkeit und der Streck- bzw. Dinggrenze. Geprüft werden Proportionalstäbe aus verschiedenen Werkstoffen. Dabei beträgt die Messlänge 5 mal den Probendurchmesser, also 5 mal D0, für einen kurzen Proportionalstab und 10 mal den Probendurchmesser, also 10 mal D0, für einen langen Proportionalstab. Zur Vorbereitung des Zugversuchs werden die Proben, also die Proportionalstäbe, gereinigt und vermessen. Die Messmarken werden aufgebracht, um später genaue Kenndaten zu ermitteln. Für die Durchführung des Zugversuchs wird eine Prüfmaschine verwendet, die mit einem Video-Extensiometer verbunden ist, der die Messmarken an den Proben erkennt und so die Verlängerung der Probe misst. Die Probe wird in die Maschine eingespannt und mit konstanter Geschwindigkeit zum Bruch vertikal auseinandergezogen. Während des Versuchs werden die auftretenden Längenänderungen sowie die aufgewendeten Kräfte kontinuierlich ermittelt. Diese Werte werden als Kraftwegdiagramm oder Kraftverlängerungsdiagramm auf dem Bildschirm des Rechners durch das Programm Testexpert dargestellt. Die für die Berechnung der Streck- bzw. Dehngrenze notwendigen Kraftwerte FP0,2 und FEH werden aus dem Kraftverlängerungsdiagramm entnommen, wobei die 0,2% Dehnung in Millimeter umgerechnet wird und FP0,2 grafisch durch die Parallelverschiebung der Huxchengerade um genau diese Strecke bestimmt wird. Die Streck- und Dehngrenze ergeben sich dann aus den jeweiligen Formeln. REH ist gleich FEH durch S0 und RB0,2 ist gleich FP0,2 durch S0, wobei S0 die Ausgangsquerschnittsfläche der Proben ist. Für die Bestimmung der Bruchdehnung a muss die Endlänge LU der Probe bestimmt werden. Dafür werden die zwei Probenstücke sorgfältig zusammengesetzt und der Abstand zwischen den Markierungen gemessen. Die Bruchdehnung ergibt sich dann aus der Formel A ist gleich LU-L0-zu geteilt durch L0 mal 100%. Für die Bestimmung der Brucheinschnürung wird zunächst der Enddurchmesser der Probe mittels eines Messschiebers ausgemessen. Die Brucheinschnürung wird mit der Formel Z ist gleich SU-S0 geteilt durch S0 mal 100% ausgerechnet, wobei SU gleich Pi-Viertel mal DU zum Quadrat ist. Viel Erfolg und Spaß bei dem Laborversuch! Vergeпис, das ist ein Das ist das Kind genug, der Entwurfur автомatisch ist, das ist eine Körperschatt' für eine Körperschattelung. wurde in einem Körperschattelung. in einem Schattelung einfach noch nicht vielmals in einem Körperschattelung. Die Bruchein ist ein vimos aufgefahren. Jungs wie in der Bruchein in einem Körperschattelung.